Mein Name ist Paul Brudra und ich freue mich sehr, dich an der Go Conference 2021 zu treffen. Unsere Welt steht in grossen Veränderungen und wenn wir das Evangelium in unsere Welt hineintragen, dann können wir manchmal von den Widerständen entmutigt werden oder auch desorientiert sein, wie man das heute noch machen soll. Wenn das für dich der Fall ist, komm unbedingt an die Go Conference, da wirst du von tollen Rednern, aber noch viel wichtiger, von Jesus Christus selbst, ganz neu ermutigt werden, zugerüstet werden. Wir wollen neue Ideen kennenlernen, aber wir wollen auch uns an Dinge erinnern, die schon immer wichtig waren und die wir vielleicht vergessen haben, um das Evangelium in die Zeit hineinzutragen, in die Gott uns hineingestellt hat. Ich freue mich, dich bald zu sehen.